Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer MrWenno1974, wir sind wieder auf dem Videopack und das ist Volleyball und auch hier kann ich euch sagen, das macht gegen die KI richtig Laune. Ja, das war natürlich sehr gekonnt. Ah, das war schlecht, aber das muss ich euch mal zeigen, weil das ist auch richtig gut gegen die KI. Also ihr seht, man kann schmettern, das sollte man möglichst nicht gegen das Netz. Boah, der war gut. Der war dumm. Ah ja, das ist eine richtig nice Version. Das war doof. Ich werde das machen. Ich werde mir mal den Spaß machen. Und dass ich euch die Sachen mal gegen die KI da tatsächlich kriege. Ich baue das in die Playlisten dann passend ein. Dann ist das kein Thema, dann seht ihr sozusagen mal beide Unterschiede. Weil, wenn ich euch sage, das ist cool und ihr seht, das hier, könnt ihr vielleicht sagen, okay, das sieht ganz gut spielbar aus, aber... Ja gut, das sind jetzt Sachen, die funktionieren immer, die haben auch gegen die KI immer funktioniert. Boah. Ja, es ist schwierig, das Ding sauber zu fangen dann. Wie halt im echten Volleyball. Na, komm. Nein! Ich bin zu Trigger-Happy. Ja, das ist genau richtig. Knapp übers Netz schmettern. Da kannst du eigentlich nicht viel machen. Ja, das kann ich tatsächlich noch. Ja, komm. Ja gut, gegen die Dinger selber schmettern war natürlich doof. Nein, aber wie gesagt, das Game ist richtig, richtig gut. Volleyball auf dem Videopack ist richtig, richtig geil. Das kann verdammt noch mal eine Menge. Das ist also auch etwas, wo ich sagen muss, da gibt es definitiv von mir eine Kaufempfehlung. Und ich werde euch die Sachen mal auf jeden Fall mal gegen die KI zeigen müssen. Weil dann seht ihr nicht mal, das ist richtig gut. Wirklich richtig gut. Macht auch wirklich Laune. Ernsthaft. Ich bin euer MrWenom1970. Sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.